So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in Monster Hunter World. Und dieses Mal bekämpfen wir den Vulkan-Rübegehauen. Viel Spaß mit dem Video. Stopp, halt. Ich bin hier geblieben. Wie heißen die Dinger? Oh, nice, ich hab'n gefunden. Ah, gut. Cool. Eigentlich wollte ich mir ja ein Gandalf-Kostüm bestellen, aber das wäre erst in zwei Tagen gekommen. Was war das? Aber das wäre erst in zwei Tagen gekommen. Aber für nächstes Mal bestelle ich mir auf jeden Fall Gandalf-Barth-Hut und Mantel. Mann, jetzt werde ich als Gandalf-Gain-Digger. Der Mann bekämpfen sich die und da auch gegeneinander. Ja, als Gain-Dalf. Boah, ich weiß es, Alter. Du gehst als Harry-Squader und ich geh als Hack-Ripped. So, kurz zum paar allgemeinen Monster-Informationen. Er ist besonders schwach gegen Wasser, er ist ein bisschen schwach gegen Feuer, Blitz und Eis. Sein Schwanz ist abtrennbar, sein Kopf ist brechbar und ein Schwachpunkt, genauso wie seine Beine. So, ich habe die Cutscene gesehen, kannst du noch rennen. Die Geschichte. Immer von langen Rennen. Just because you don't get it. Der blick, der hüpft, der hüpft, ist gerade einfach ein 360 rumgeflogen, glaube ich. Brückes Leben. Ich möchte es mir nicht mehr länger geben, deswegen springe ich von der Brücke auf jeden. Also Schritt 1, ich gönne mir jetzt erstmal meine Panzerhäuser. Mein Nacken tut weh, ich glaube, dass jemand sagt, dass mein Nacken liegt. Keine Dämonen-Dings muss dabei. Ich habe gar keine mehr. Deine Invent und an normalen Statusangriffe haben keine Auswirkungen. Wie kann der mir den Drachen-Effekt gegeben haben, wenn ich auf ihm drauf war? Äh, schlau? Äh, hallo, Küste, da ist die Küste. Äh, neil, nimmst du was aus der Küste mit, Alter, ich räume die mal voll leer, Mann. Äh, es wäre mir gerade auch angefangen, dass du es gesagt hast, so ein Küste. Ich denke da nicht dran. Wo ist Tammy? Der hat mir gerade ganz schön einen reingehauen. Oh. Tammy, Alter, were you able to feel the love tonight? Nein. Ich nehme es mal, nein. Hä? Nix. Da der fokussiert, das wäre der. Der geht dann auf die Nerven. Der geht dann auf den Nerven. Oh. Oh. Ich hau jetzt nicht so viele Hits raus, weil der eigentlich hauptberuflich am rumhüpfen ist. Oh, nice. Materialien, das ist mal mein. Ah, die haben wir auch gemacht, glaube ich. Ah, ne, ich wollte es machen, aber dann kam die Katzen. Ich schieb gerade mit fleisch auf dem Boden. Keine Ahnung. Boom. So. So. Irgendwie in die Wand jagen, ich glaube, er hat es echt verdient. Ich habe rote Schärfe, die ich bald nicht mehr habe, deswegen würde ich euch ganz gerne dem zur Verfügung stellen in seinem Kopf. Wir können sich nicht so viel, weil es steht so weit, ich habe vielleicht die Elden Ring Steuerung drin, aber auch wieder die Elden Ring Gegner. Hehehe. Easiest touches of my life. Hehehe. Kann ich dieses Bleeding weg machen? Ich glaube, ich muss es nicht mehr. Ja, es liegt. Was ist denn mit dem jetzt los? Okay, woher du gehst? Er ist gerade nach rechts links. Häh? Mein Rote Schärfe schon verloren. Was ist das Rote Schärfe? Hat hier gut, äh, Rotneil an? Und so. Und ich bin voll auf dem, der mich noch einmal draufgesenkt. Ja, das ist echt nervig. Oh, der Last Hit war nicht da. Jetzt muss er nur noch einmal ganz kurz gegen die Wand, dann ist alles gut. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Ich höre mich auch ganz schön ordentlich. Warum ist er permanent rot? Also wütend. Aber es ist so fucking eng, Bunyi. Hier sieht man dort, auf die Fresse. Bäm! Und? Yes, der hat gesessen. War zwar nicht auf dem Kopf oder so, aber... Ultra Dodge gemacht! Aber das ist schön, Alter. Ich muss einfach, bevor ich ein bisschen spiele, Elden Ring spielen, Alter, dann zieh ich die Scheiß-Viecher-Verlag. Das ist die Methode. Elden Ring ist warm-up. Ja, wenn man Elden Ring hinkriegt, kriegt man das hier fünfmal hin. Jetzt schon geil, jetzt muss er wieder weg werden. Und... Glück mal, jetzt hast du glaubt nicht mehr. Ich weiß nicht, was... Ja. Und jetzt war er nicht wieder. Dann ist es scheißegal. Hm. Ich habe zwar Geld mit Lade, aber... Egal, besser Geld mal an als weiß ich. Das arme Viech trifft mich nicht und kriegt voll aufs Maul. Ich fühle mich ja schon schlecht wie früh. Bei Control hängt irgendwie ein bisschen. Wie meinst du? Na, wenn ich mich umdrehe, hat es ein Delay drin. Warum wollte er denn nicht mehr? Oh, Fascher Knopf. Deswegen wollte er nicht. Wie habe ich mich noch mal hin? Ich weiß nicht, wie der Knopf bei dir heißt. Ja. Hier kommt schon unten. Nein, neulich nicht. Ah, ja. Aber geil, Alter. Ja. 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 Verständlich, ne? Das war auch ein bisschen verstanden. Man kann schon reagieren nicht richtig, Alter. Ich bin gerade eingeschlafen. Und tschüss. also ich bin auf dem weg zum beispiel und ich bin weg und ich bin wieder da irgendwas anderes gedacht ich habe das ding auf den boden gehauen aber egal wie hauptziel wurde erreicht rote schärfe zwar auch aber und ich treffe ich kann nicht mehr durch seine haupt und ich würde da was der ganze zeit war nicht der haut einfach rein ja draußen rum zu springen er spricht halt von unkontrolliert da trägt sich gleich noch ein teil wenn er weiter wie nur um springen so spricht er sich halt nur alles gut das weiß er geht man nicht jetzt singen niemand zu hause das war echt schlecht gebrauchen aber egal geben in neuen mit dem zu weit weggeflogen ich habe noch getroffen das auch noch was auch gerade der lande gemacht ja ja das ist fast wieder heißt japan war irgendeinen namen haben schon wieder gelb ich bin auf dem kopf ich bin auf seinem kopf der wird so vernichtet ja ja was hat es eigentlich bei dem nicht gebrochen eine hürde ja das ist jetzt ist jetzt der volle marge okay schuldig mal kurz ausnehmen und hier liegt doch irgendwo material von dem wenn wir dran wusstet welche daneben nur schneiden das zeug nicht zum bau wie das zeug zum bau kein ding da kann ich hier dann ho 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 der hüpft hoch und schießt seine komischen blitzbälle und ich bin sie haben die kursen schlecht nützlich ich bin zu schade dass man keinen paniko hat wenn man zu viert spielt wenn man sowas geht und zu viert spielt also das war cool wenn da so vier panikos rumdingsen würden weißt du ich komme nicht dazu mein scheiß elanleben abzugraden weil jedes mal bevor ich überhaupt irgendeinen hit machen kann nach dem zweiten hüpft der irgendwohin ich bin fast tot und das ist schlecht ich hab's denn getroffen so läuft es so und jetzt gibt mir mein fricken gelben elan jetzt danach ein tütchen ruhe ja ich schlau Und geht, 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 geht. Oh nein, ah, warum fliegt der immer soweit? Nein, er ist zwar ein 200er-Hit in seine Fresse, die ich gerade gegeben habe. Nein, ich meine, ich fliege immer so weit weg, wenn ich irgendwo drauf zufliege, fliege ich viel weiter wie das Monster ist, wenn ich diese 200er-Hit auf die Fresse gegeben habe. Wenn du in der Luft bist mit dem Jump, kannst du den Jump die Richtung verändern. Kann ich auch irgendwie nach hinten? Ja, ganz schön in der Luft in egal welche Richtung lenken. Wir müssen doch jetzt langsam mal fertig sein, oder? Ja, ich will nichts fokussieren, auch zu fokussieren. Oh ne, wir kämpfen gegen den Falzen. 3000, oh lol. 3000 hat er gegeben. 3000 hat er gegeben. Der Urgaren, den Ligianer. Oh, ho. Und schon ist er weg. Der hat mir gezeigt, wo es lang geht. Ah, da ist er. Oh, ich habe was für den Krieg gekriegt. Oh, ich habe was für den Krieg gekriegt. Schlechter sein kann. Hat nur Glück gehabt, dass er mich voll an reingegangen hat. Oh, ich habe was für den Krieg gekriegt. Jetzt können wir in den Zampel dann rum. Ich will die ganzen Schlafen. Also. Du, 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 du. Hey. Ich mach mal schlafen. Hoffentlich runterlanden. Boom. Vulkan Odogaron. Erfolgreich. Fantastische Arbeit. Der ist cool. Nur nicht zum Bekämpfen. Erst mal eine dumme Hackfresse. Hahaha. 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 Wir haben den gerade. Bei mir sah das aus, dass ich den beide gestreichelt habe. Also. Ja. Bei mir sah das anders aus. Also. Ich vorne bei mir sah das aus, dass ich den gestreichelt habe. Bei dir. Halt. So. Und damit war es das mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja dann lasst gerne ein Like da. Und damit ihr das nächste Video nicht verpasst auch gerne ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.